Was klappt Leute, was klappt? Euer Hemmschuh hier, euer allerbester Freund. Willkommen zu meinem 24-Stunden-Blog. Hier in meinem Blog. Hier lebe ich, hier bin ich aufgewachsen. Hier wohne ich schon seit mein Leben lang. Hier, wenn einer Arbeit sucht, wir haben hier genug Arbeit. Hier im fetter Dönerladen, ihr könnt je mehr essen kommen, hier essen wir auch alle sehr gerne. Kommt mit, wir drehen mal eine kleine Runde hier im Blog. Hier kommen wir auf eine sehr, sehr wichtige Straße. Das hat keinen Namen, aber das ist hier eine sehr, sehr begehrte Straße. Alle kennen diese Ecke hier. Jeder weiß, wer wir sind, jeder weiß, wo wir herkommen. Hier hat alles angefangen, Alter. Hier hat alles angefangen, wo ich schon 13, 14 war. Da waren wir immer hier, haben immer hier angefangen. Ja, ihr wisst doch schon. Hier, der ganze Blog hatte ich früher immer hier versammelt. Wir haben uns immer hier auf der Straße, auf diesen Bänken getroffen. Ich komme aus dem Blog, wo Ramo herkommt. Kilomatik wohnt hier. Alle hier verstreut. Also, dann kommen wir mal direkt zur ersten Frage. Die erste Frage ist, seit wann du rappst? Ich rapp schon seitdem ich 15, 16 bin. Lass mal 15 sein, schon gute 10 Jahre jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nur so als Hobby. Und jetzt so die letzten drei, vier Jahre, drei Jahre, richtig, alles wieder nix. Knast oder Palast. Nein, ihr wisst doch, Leute. Wie bist du so zum Rappen gekommen? Deine Anfänge? Ich bin nicht dazu gekommen. Mit dem Ramo zusammen haben wir früher gerappt. Er hatte einen in der Familie, einen Cousin, der konnte rappen. Sein Bruder konnte rappen. So haben wir das gelernt. Wir waren früher jung. Du weißt doch, man hat immer Interesse an so neuen Sachen, coolen Sachen. Haben gedacht, vielleicht ist es cool. Haben das irgendwie so gelernt. Seitdem kennen wir das auch. Ansonsten sind wir früher ab und zu mal ins Studio gegangen. Keinen Bock hier gehabt. Einmal die Woche, einmal im Monat, einmal in zwei Monaten. Haben ein Lied gemacht, aufgenommen, gechillt. Dann angehört und dann wieder gelöscht. Und so immer weiter, immer weiter. Das war bei uns immer aktuell immer Standard. Immer ein Lied aufgenommen, reingehört. Okay, fett. Kannst wieder löschen. So war das. Das geht an die Straßendealer. Fitte Patzen lila. Draußen Ware liefern. 100.000 in der Tasche. Das ist andere Liga. Schwarzer, hache, braune Augen, Prototyp illegal. Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier auf der Neusalzer Straße bei unserem Hauptkiosk. Hier sind wir auch. FDS Chin hier beim Stassi. Neusalzer Straße 5. Kommt auch alle hier vorbei. Ihr könnt uns hier treffen mit Chin hier. Holen uns mal was Kaltes zur Abkühlung bei diesen heißen Tagen. Wie geht's? Haben wir alles klar? Servus. Parallel dazu haben wir auch hier einen richtig geilen, leckeren Bäcker, Bäckerei von meinem Hemmschuh. Das ist von Nusshoff. Ich sage, ich nehme Nusshoff die Leute drauf oder so. Nicht, dass du Dings... Auch von uns. Von meinem Hemmschuh könnt ihr auch da essen. Alles perfekt hier. Kommt, wir gehen weiter, Jungs. Ich zeig euch jetzt was Schönes. Grüße alle aus Offenbach. Und ich grüße Hemmschuh vor allem. Jawohl. Und schönen Tag euch. Offenbach die Macht. Offenbach. Peace. Neusalzer Straße. Ja. Jawohl. Sag mal zwei Worte zu Hemmschuh. Na, Hemmschuh der Bandit. FC Marock Offenbach. Wir sind hier an der Stadthalle in Offenbach. Früher hat man sich hier für Konzerte genommen, jetzt ist ein Impfzentrum. Wer sich noch nicht geimpft hat, kann hier einfach rein, sich impfen lassen. Ich will mich impfen, kann ich? Ich will mich impfen. Ja. Was muss ich machen? Hi, Servus. Servus. Ich will mich impfen. Was muss ich machen? Willst du mal eine Maske? Ich habe keine Maske. Okay. Oder geht an Biontek? Oder geht an Biontek? Super leckere Pizza an alle, die Bock haben auf leckere Pizza vom Original Italiener. Dann kommt ihr hier essen. Richtig italienische Art. Kommt mal mit. Wir gehen jetzt zum Meister. Höchstpersönlich. Hemmschuh, wie geht's dir, Bruder? Wie geht's? Grüßt euch, Jungs. Wie geht's euch? Das ist der Waller, der macht die Pizzen, der Original Italiener. Italienischer Teig, Bruder. Non-stop. Sag mal was zu uns, zu unserer Gegend, zu unserem Blog. Bruder, ich sage dir ehrlich. Was die Gegend hier robbt, hat lange nicht mehr jemand gemacht, Bruder. Gott sei Dank, dass wir jetzt hier eigene Läden haben. Eigene Läden, Bruder, Communities, Werbung. Wir sind froh, von dem Scheiß wegzukommen. Wir kriegen vor allem frischer Teig, Bruder. Frisch, immer alles, bei uns sind immer alles frisch. Minkia, immer frisch. Aber das mit dem Wiegen hast du schon gut drauf, ne? Blocklife, Bruder. Das können alle Jungs vom Blog. Die Siegen, Bruder, nicht nur Teig wird gewogen, Bruder. Wir sind hier auf der Fritz-Remy-Straße. Hier irgendwo wohne ich, aber irgendwo. Hier wohne ich schon mein Leben lang. Das gehört alles hier zu der Gegend dazu. Viele Sachen passiert, viel Scheiße hier passiert. Alle Erfahrungen haben wir schon hier gemacht. Wenn ich mich so umdrehe und hochgucke, ich sehe nur Erinnerungen, Erinnerungen, Erinnerungen. Mein Leben lang bin ich schon hier, Alter. Ich habe auch irgendwann keinen Bock mehr. Ich brauche langsam mal eine fette Villa, Alter. Ich brauche eine fette Villa langsam. Geht nicht mehr so. 500 Quadratmeter Minimum. Ja, das sind so unsere Träume, die wir hier haben, Alter. Jeder hat so einen Traum. Ja, Leute, wie ihr wisst, hier irgendwo wohne ich. Komm, ich bring euch mal in einen geilen Ort, wo ich sehr gerne abhänge. Wenn man keinen Schlüssel hat, dann macht man das so einfach. Hallo, ich habe die Zeit. Willst du hier aufmachen? Perfekt. Geil. Besser geht es nicht. Jo, danke. So, Leute, wir sind hier gerade im Treppenhaus. In 16. Aber für euch speziell, wir gehen immer mal in 17. Hier ist unser Chillplatz. Hier chillen wir gerne. Hier kommen wir öfters, wenn es abends ist. Ja, Leute, willkommen auf dem Dach. Hier chillen wir. Guckt, das ist Offenbach. Hochhäuser Stadt, Wolkenkratzer Stadt. Da ist Frankfurt. Das ist mein Viertel. Hier hängen wir früher, haben wir früher viel abgehoben, viel chillt nachts da rausgeguckt. Hat schon dick Spaß gemacht. Jetzt sind wir wieder hier draußen mit euch. Gerne. Macht nur Spaß. Guck mal, da ist das neue Polizeirevier. Die Hurensöhne. Guck mal, die Großdienst gemacht haben. Wie so ein Einkaufszenter haben nach heute. Wie kam der Kontakt zu 18 Karat? Durch KD Beat. KD Beat, bester Mann. Beste Beat, mach einer der Besten. Feier ich sehr. Dann noch die Frage, was ist für dich typisch Offenbach? Das ist typisch Offenbach. Hier die Skyliner, die Wolkenkratzer, Dönerläden, Wettbüros, Ausländer, voll. Das ist unsere Heimat. Hier leben wir, hier lieben wir es. Ich kann mir nicht vorstellen woanders zu leben. Ja, die Kameraassistenten haben Hunger. Die haben Bock auf einen geilen Döner. Ich bring den jetzt zum besten Döner in Offenbach. Kommt, ich zeig ihn euch heute. Aus den Treppenhäusern, Blocks. Direkt aus dem neuen Stock. Gerade das passt auf. Vielleicht nimm sie ein paar Läufer hops. Meine Kleidung immer schwarz. Nachts immer getarnt. Reichtum und der Arm. Trock auf jeden Schmille weggerollst mit linkern Hase. 120.000 Euro weggezockt den Automaten. Es ist SSS mit schlechten Deutschkenntnisse. Rufen die in den Namen unserer Britta vor Gefängnisse. Das ist heute weg. Hier wo Telefone brennen. Gestern bei Wayne der Heimat. Heute make Van. Immer weiter bis die Pullen bei uns einlaufen. Weil wir drauf wie viel Stoß drauf einkaufen. Ja Leute, das war's Alter. Ich will nicht zu viel verraten. Das ist das letzte Single Release. Es kommt genau zum Album. Und es ist eins meiner Lieblingslieder. Meinen Favoriten. Deswegen habt ihr kurz eure Probe gehabt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja Leute, noch mal eine Info. Ich mach Musik, weil ich Musik liebe. Deswegen wird meine Musik immer so Straße sein, wie wir sind. Ich mach nicht Musik, weil ich irgendwie denke. Weil die Leute denken, die brauchen Geld. Ganz im Gegenteil. Wir machen's, weil wir lieben. Wir sind auch gar nicht angewiesen auf Musik. Das ist nur ein Hobby für mich. Ich mach's, weil ich das noch vom Spielen kann. Und ich liebe es. Es macht nicht Spaß. Und es den Leuten wirklich zu zeigen, was echter, harter Gangsterrap ist. Deswegen mach ich den Scheiß. Sonst Leute sollen gar nicht denken, wir sind auf Geld angewiesen dies, das. Sie kennen, wenn das nicht klappt. Wir hören auf. Machen morgen was anderes. Bauen uns direkt was anderes auch. Haben unsere Finger überall im Spiel. So Leute wie wir, die haben überall ihre Hände im Spiel. Weiß was? Da, 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 da. Läden, Mäden, alles. Und das geht an alle Leute von uns, die wie wir sind. Und du weißt, 10 Leute, 9 Kunden. Einer ist der Verkäufer, der die Scheiße hat. Und wir machen genau Musik für diesen einen von diesen 10 Kunden. Neun Kunden, einen Ticker. Wir machen immer Musik für den Ticker. Nicht für diese neun Kunden. Deswegen ist es auch keine Partymusik oder so. Ist auch keine Partymusik oder so. Vielleicht mit der Zeit irgendwann, kann man aber so Features machen. Aber der Hemmshow-Style wird immer gleich bleiben. Immer gleich. Ja Leute, wir sind hier bei Babas Döner in Offenbach. Bester Döner in Offenbach. Hier ist auch La Baguette. Beste Baguette. So leckige Baguette. Total. Aber heute geht's zum Döner. Hier bei Babas Döner. Hier kommt Pipp. Hier Babas Döner vom Massif. Richtig fett, richtig leckerer Döner. Hier glaube ich. Hier geht's zum Döner vom Regenkte in Frankfurt. nossa Qual baguette. これ ist schon alles klar. O popula ist alles klar bzw. dieser ist HELT derガ. 怎么 stellt sich alles per mir in Frankfurt. Wie kommen wir jetzt erst hin und kommenあpetto, sonst sollen wir nochowej in Frankfurt schauen. aber, Multipwärf das, gleiches leavee. CEO Employee 55-uestas partir. Dokondagsplan und dann wahrscheinlich durch mich zu werden. Also, wir kommen keine Ahnung. Stadtmitte, Marktplatz, essen gleich einen fetten Döner, aber ich gehe erstmal zum Friseur. Ich habe noch nicht so viel Hunger. Ja, hier ist die Stadtmitte, es wird hier gerade alles umgebaut. Fußgängerzone, Offenbach macht sich langsam. Die Stadt kriegt langsam Geld, die können hier langsam was bauen. Das freut mich. Aber alte Geschichte wird auch so abgerissen, auch scheiße. Da war Teu Saas, ja es geht ab. Da war Teu Saas früher da hinten, da ging alles ab, hier war die Brücke noch früher. Es war viel geiler, es sah viel geiler aus früher. Hier ist die berühmte Gleitstraße, die Kartenstraße, Kartenspielerstraße. Da wurde früher nur gezockt, das ist die Zockerstraße. Das ist Offenbachs, Las Vegas, Unterwelt, Las Vegas-Straße. Hier kannst du eine Million Euro am Tag verlieren, kein Problem. Komar, kennst du Komar? Kartenspieler. Hier geht's ab. Heute haben Hotels, alles, Häuser schon verschwindet. Hunderte von Tausende Euro, Millionen. Und da saß immer einer nebendran. Bei einer Pleite war der direkt in Geld gegeben, zwar der Geldgeber, aber mit dreckigen Zinsen. 20-10% Zinsen oder so. Abends alles, ne richtige Mafia-Stadt. Jugoslawische Mafia, jede Art von Mafia gibt es. Richtig kurdische, türkische, arabische, marokkanische. Richtige Unterweltstadt. Guck mal hier, nur Ausländer, Digga, nur full, full, full. Und das werden immer mehr, Digga. Ja, wir haben irgendwann keinen Bock mehr. Aber das ist Offenbach. Leute, die in einem hier abweg ziehen woanders ein, dann kommen die trotzdem zurück, weil es anders ist. Jetzt sind wir auch gleich bei meinem Friseur. Ja, wir sind hier Golden Cut bei meinem Friseur. Besten Friseur in Offenbach. Seitdem wieder auf Null kommt. Fertig. Die Fresse, sie glänzt. Ihr wisst Bescheid. Das Wasser ist von Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid. Das ist alter Osmanische Sultan, der vorletzte in Ehren. Sultan Abdul Hamid, sein Wasser immer noch wird verkauft. Seht ihr, was die Leute hinterlassen? Ja Leute, so sieht er aus, der Baba Stöner. Ja, ultra lecker, gefällt mir sehr. Lassen wir uns mal schmecken. Gerade gut gegessen. Das ist auch ein sehr guter Laden von meinem Freund, La Vida Bar. Von einem sehr guten Bruder von mir. Hey, was tut ihr? Ja, kommt vorbei. Hier sind wir an der Bar abends, chillen hier, trinken was, lachen. Alle sind da. Kommt hier vorbei, besser laden. Autos verdecken es gerade. So, jetzt gehen wir nach Hause, ziehen uns um. Wir haben noch einen Videodreh. Okay, später. Was soll euch überraschen, Alter? Da kommen auf jeden Fall geile Sachen doch auf euch zu. Wirklich Servus, Alter. Grüßt euch. Bis offenbar. Du wisst gar nicht, was alles hier in diesem Parkhaus alles geschehen ist damals. Da haben viele Jugendliche Kriminalität begonnen. Die beste Entscheidung ist noch nicht getroffen, Cousin Nummer eins. Ja, ist noch nicht. Und die Zukunft, die darfst du noch nicht wissen, Cousin. Ja. Verstehst du? Es geht erst um die Vergangenheit. Wir arbeiten jetzt in der Vergangenheit. Und dann die Zukunft. Erst mal die Gegenwart noch. Genau. Und dann kriegst du von der Zukunft Ohrfein. Frag mich was von jetzt. Wie geht's dir? Verstehst du? Also die nächste Frage. Ist dein neues Album besser als dein erstes Album und was war anders zum ersten Album? Also ich denke, das zweite Album hat auf jeden Fall das erste Album schon übertroffen. Weil das erste Album, das war halt auch ein Klassiker. Das ist auch zu krass. Knast oder Palast Album ist wirklich ein Highlight Album. Aber ich denke, mit der Musik jetzt, abgesehen jetzt auf die Texte, Thematik ist ja fast immer so das Ähnliche. Von der Musik her, vom Vibe her, finde ich, hat das zweite Album ist der Kriminell. Auf jeden Fall Knast oder Palast. Musikalisch auf jeden Fall getappt. Safe. Hier ist auch Challenge-Club von bei uns in der Ecke, bei uns in der Gegend. Sehr, sehr guter Sport-Club. Auch sehr, sehr talentierte Sportler sind da rausgekommen. Sehr, sehr empfehlenswert. Früher waren wir auch da jetzt, aber nicht mehr. Aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert auch an die Jugend. Dass sie ein bisschen Sport machen und nicht nur so abhängen, den ganzen Tag. Brauchten Hobbys, die Leute brauchen Hobbys. Nicht mehr immer zocken, Gaming, Scheiß. Irgendwas, World of Warcraft oder diese Scheiße, wie das heißt. Geht lieber raus, lauft rum mit Freunden, chillt, unterhaltet euch. Macht Sport, sucht euch Hobbys, macht Musik, macht Sport. Guckt, wie ihr Pfarrer macht. Und guckt, wie ihr Pfarrer macht. Guckt, wo ihr bleibt. Hey, du Depp. Das ist eigentlich gemein, fast. Was ist das? Ja. Also Leute, wir kommen jetzt auch hier. Das ist die Hinterecke von unserer Gegend. Hier ist auch unsere Grundschule. Hier sind wir alle zur Schule gegangen. Grundschule, erste bis vierte. Und genau gegenüber ist hier Gesamtschule. Guckt, hier haben wir alle unsere Hauptschule hier gemacht. Der andere hat dann vielleicht Real, der andere dann vielleicht einer von CH Gymnasium gemacht. Und der andere hat dann Straßenabitur gemacht. Und der Rest ging dann wieder auf die Straße. Die Schulzeits aber war eine geile Zeit. Hier waren immer locker 100 Leute von allen Vierteln, von ganz Offenbach verteilt. Also wenn wir hier, ob früher oder so, haben wir immer geschwänzt, immer da rein. Die Schule geschwänzt und dann zu spät gekommen, immer da rein. Und dann, da drinne war so eine Hütte und da ging immer die Party ab. Jo Leute, wir sind hier bei mir in der alten Schule, hier wo ich meinen Hauptschulabschluss gemacht habe. Da hinten ist so meine Grundschule, das war richtig nah. Dann immer hier haben wir Schule geschwänzt oder zu spät gekommen, dann sind wir immer da rein gelaufen. Wer früher Zigaretten hatte, war cool. Wer Gras was zu rauchen hatte, der war der King. Und ihr könnt euch ja denken, wer wir waren. Dann sind wir immer hier rein. Alles Chayas, Jungs, egal. Hier ging dann richtig die Party ab. Hier, da, bis komplett einmal hier ran. Und dann, wenn der Lehrer kam, sind wir immer abgehauen. Na ja gut Jungs, dann sehen wir uns gleich. Ich geh mich mal kurz umziehen. Wir sehen uns dann bis gleich, ja. Was geht ab Jungs? Da bin ich wieder. Yo, fresh umgezogen, ab zum Videodreh. Lasst euch überraschen. Wird was geiles. Ich freue mich. Ja Leute, was geht ab. Wir sind hier auf dem Videodreh, Making of, Sippo und Hemshow. Was geht ab. Ganovo. Checkt den Prack ab auf YouTube, Spotify, überall streamen. Push den Offenbacher Junge. Wir sind heute hier in Offenbach, Videodreh. NRW Offenbach vereint, ihr wisst. Mr. Kriminell. 5. November. Checkt euch mein Album vor, bestellt euch das Bundle vor. Checkt auch Sippo ab. Video, 17.9. kommt unser Video raus, Ganovo. Seid auf jeden Fall gespannt. Ihr wisst Bescheid, Offenbacher Junge, dreckige Zunge. Yo Leute, da haben wir noch eine kleine Fragerunde für 100k, Deutschrap. Bleibt gespannt, hört die Fragen, geile Fragen. Vielleicht kommen die Hemshow Antworten. Servus, Hemshow. Was kannst du uns noch in Zunge ohne Geld keine Ware erzählen? Ohne Geld keine Ware. Wie der Titel schon sagt, das ist ein Lied für die Straße. Ohne Geld gibt es keine Ware. Ein richtig geiles Lied mit einer geilen Hook. Da habe ich was Schönes für euch vorbereitet. Seid gespannt, lasst euch überraschen. Das ist was sehr sehr Deftiges, meine Damen und Herren. Dein neues Album, Mr. Kriminell, kommt am 5.11. Worauf können wir uns da freuen? Also am 5.11. kommt mein Album, Mr. Kriminell. Ein sehr sehr musikalisches Album. Ihr könnt euch auf sehr viele verschiedene Vibes freuen. Sehr viel verschiedene Musik, geile Features. Zwei Worte über Hemshow. Durchgeknallt und Kriminell. Ich kenne auf jeden Fall viele kaputte Leute in Offenbach. Aber Hemshow ist Endlevel. Checkt auf jeden Fall Hemshow ab. Authentisch. Von der Straße für die Straße. Wir sind jetzt fertig mit dem Videodreh. Jetzt geht's ab ins Studio. Es geht weiter, immer weiter. Ihr wisst, Geld schläft nicht. Und Abra? Hemshow Baba. Abilera Salam. Jo Leute, jetzt kommen wir zu der nächsten Station nach dem Videodreh. Hab gesehen, wir haben Baba Video gedreht. Jetzt sind wir hier im Studio mit Thank You Kid. Der Meister. Und ich hab noch einen Hook für euch. Ich hab noch einen Hook für das Album. Und da ihr gerade ihr mit mir seid, da habt ihr mir, komm, ich zeig euch mal wie das geht. Das sind keine Kopfhörer. Das sind Gehörschutz für Gehörschutz. Wie wisst, für Ohrenschutz. Weil gleich wird's laut. So, jetzt wir gehen an die Arbeit. Wir müssen die Farben ein bisschen verändern. Gleich ist sogar Release. Null Uhr ist Release. Okay, ja. Lass einfach reinhauen. Ja. Wert reicht oder steht? BAM! Geil noch ein. Aha. Für Hollywood Saint-Tropez! Für Flaschen im Club Chardonnay! So, die Hook ist fertig. 15 Minuten Arbeit. Lass mal alle zusammen reinhören. Hört ihr auch mal rein. Schreibt unter den Kommentaren, ob's gut oder schlecht ist. Einmal mal reinhören. Ja, Mann. Brutal so. Ja, Mann. Ja, Mann. Brutal so. So ist fett. Ist noch roh grad aufgenommen. Es wird noch am Ende richtig geil. Aber so ist perfekt, wie ich's haben wollte. Super. Brutal. Ich bin zufrieden. Yo, Leute. Es ist 0 Uhr. Mein neues Video ist draußen. 0,00 Waage. Checkt es ab. Auf jeden Fall abchecken. Youtube. Spotify. Mein Album. Mr. Kriminell. Jetzt vorbestellen. Das Bundle. Ja. Frankfurt, Dicke. Offenbach Musik. Das ist Frankfurt Offenbachs Teil. Ja, ich nehmt eure Kommentare mit. Mal sehen, was die Leute so schreiben. Ob die zufrieden sind oder nicht. Die uns mögen oder nicht. Wer Dislike macht, seine Mutter der Huren so. Aber Spaß. Ach was. Ansonsten meine Leute immer stabil, immer stramm. Hemmschuharmee, wisst du. Immer Babakommentar. Besten Kommentare auf Hemmschuharmee. Du wisst. Top Dealer Shit. Das ist Top Dealer Musik. Leute verstehen es nicht, aber das ist genau für unsere Leute. Manche lieben es, manche hassen es. Kann nicht jeder lieben. Die Frage an dich. Was sind Features auf deinem neuen Album? Oh Leute, ich habe brutale Features für euch. Am 08.10. kommt ein richtig krasses Video mit Olek Sej. Mein Bruder Olek Sej, schöne Grüße an dich. Ein richtig unnormales Lied. Ein richtig oldschool Zug. Kann ich nicht beschreiben. Müsst ihr nur reinhören. Unnormal krasses Video gedreht. Kommt am 08.10. Lasst euch böse überraschen. Und ein krasses Ding habe ich auf jeden Fall noch für euch. Hannibal. Hannibal auf einen Crack mit Ramo zusammen zu dritt. So ein Massaker Lied. Kilogramm heißt das Lied. Feierabend. Guck. Das ist der Shit, Alter. Das ist es. So Leute, das war's auch jetzt vom Blog. 24 Stunden Hemmschuh. Wir lassen den Meister jetzt auch seine Arbeit machen. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir lassen ihn jetzt in Ruhe und du auch. Mach dich mal von mir ab. Anlass für die Zeitverkehrsprobe.